Musik 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 Volksberg war ein Traum und wir, seit es nicht mehr Schachigen, konnten auch die Freundschaft zur Familie Koren und vor zweieinhalb Jahren, weil es war 2019, wo wir Slowenien und Volksberg als Doppellauch überlegt hätten, haben wir im Prinzip zum Arbeiten begonnen, das Schlagteil wieder nach Volksberg zu kommen. Musik Musik Mich freut es natürlich immer, insbesondere, wenn der ganze Traktreihe Zirkus hier in der wunderschönen Steiermark und Volksberg Station macht. Ihr habt es schon gehört. Danke an die Familie und Firma Koren. Applaus 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 Die Sieger sind wichtig. Die Sieger der Kategorie 4, Outlast 1, das HS Schock-Hardox-Rackteiteam mit Marcel Schock und Johannes Stumpf. Und dann sind Sie, die Sieger der Kategorie 4! Und dann haben Sie, die Sieger von Wolfsburg! Dankeschön.